Willkommen hier wieder bei Eve. Ich weiß nicht, ob es überladen ist oder es ist eine Menge, was man lernen muss. Es ist eine verdammte Menge. Gott sei Dank gibt es hier eine Eve-Hilfe. Um eine genaue Antwort zu bekommen, sollten sie Hilfe-Penal betreten. Falls sie Unterstützung an ein Game brauchen, Helpcenter, Karriereentwicklung. Es ist nicht verkehrt. Okay, hier sind die ganzen Leute erst mal. Das ganze soll durchaus als Deutsch anzeigen. Kurzinfo auf Englisch. Ja, wichtigen Namen kann man ruhig hier vorheben, anwenden. Das bin ich. Noch mal einer guck. Das ist mein Schiff. Hallo, ich bin Aura, KI-Assistentin Ihrer Kapsel. Ich zeige Ihnen ein paar der Gelegenheiten, die New Eden bietet. Ja, natürlich, warum nicht. Zu wissen, was um sie herum im Weltraum passiert, ist sehr wichtig. Für einen Kapselpiloten die Kamera zu benutzen, ist dabei ausschlaggebend. Annehmen. So, der Blickgewinkel der Kamera ist normalerweise auf ihr Schiff gerichtet. Sie können jedoch ändern, indem Sie den Betrachtenbefehl auf ein beliebiges Objekt innerhalb von 100 Kilometern gucken Sie es. Was wäre das hier? Ein Schiff ausrichten. Wie mache ich das? Wo ist denn das Ding? Ich bin noch ein Nubi hier. Ähm. Ich will da noch gar nicht hin. An eurer Steuerung? Ja, das ist ja alles klar. Aber wo ist dieses Auge? Hier ist es nicht. Was feindlich ist. Ich will noch nicht irgendwo hinfliegen. Stopp. Anhalten. Okay. Okay. Soll ich weitere Gelegenheiten vorschlagen? Ja, mach mal. Nicht für einen Kampf. Der Weg in viele Gelegenheiten kann eine Waffe freigelegt werden. Und den ersten Abschuss. Eigentlich NPCs. Okay. Darf ich hier nicht mal die Trümmer aufnehmen? Nähe dich mal an, Schiff. Dann kreise ich das jetzt mal. Nicht das Angreifen. Okay. Ein gültiges Ziel. Kann ja ewig dauern. Wo ist mein Schiff eigentlich? Da fliegt's. Ähm. Wir werden in diesem Spiel auch noch ein paar Freunde treffen. Und so einiges machen. Wir sollten mal nach feindlichen NPCs suchen. Kann ich denn nochmal die Kamera hier steuern? Kaisel den mal. Das Ding ist, ich habe jetzt die Kamera hier drauf ausgerichtet. Jetzt wieder... Jetzt ein bisschen überfragt, was die Kamera angeht. Was sieht hier was? Meine Güte. Kann ich nicht mein Schiff irgendwo... Ich suche immer noch nach meinem Schiff. Das ich ganz gerne zentrieren wollte. So mal nochmal zu zerstören. Weil ich auch überhaupt nicht weiß, wo mein Schiff gerade ist. Ehrlich bin. Das hier? Ne. Da ist es. Hui. Äh, alles erbeuten. Nice. Ich verstehe trotzdem nicht, warum das so komisch ausgerichtet ist mit der Kamera. Kann ich denn... Wenn ich mich anklick, kann ich da mein... Gleisen. Achten. Ah, das ist der Kaputte. Hehe. Na toll. Äh, sie sollten immer trainieren. Okay. Schön. Nun frage ich mich, wie kann ich einfach mal mein Schiff konzentrieren. Was ich sehe, ist das hier KISCO 1.0. Ich habe gerade geöffnet. Das ist nice. Auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Und ich fühle mich schon so ein bisschen verloren. Hier in den Unweiden. Und schiff. Mein Schiff. Ach. Au. Wenn man rauszoomen kann, ist auch enorm. Wenn ich hier auf dieses Ding fixiere. Das ist merkwürdig. Die Charakterübersicht öffnen. Ähm. Dann kann ich mir eine Trainierungswarteschlange öffnen. So. Trainierungswarteschlange. Und dann müsste ich mir einen aussuchen. Und ich muss dann halt warten. Wahrscheinlich. Mit der Fassaden. Anzauberung ist schon ganz nice. So fügen. Anwenden. Sieben Stunden. Naja. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Das kann ja dauern. Ihr Schiff kann in Sekunden durch ein Sonnensystem fliegen. Okay. Das ist ganz nett. Wir werden hier irgendwie ganz schön gebashed, habe ich das Gefühl. Wir müssen jetzt mal ein bisschen was zumachen, sonst verklumpt uns das Ganze alles so ein bisschen. Die Fürst-Pürsten-Ansicht. Ah, okay. Das ist diese Kamera. Kann ich das Ding mal jetzt endlich put machen? Dankeschön. So kann man dann wenigstens diese Kameraansicht haben. Kann ich denn hier was mitnehmen? Beuten. Ich frage mich auch, wie ich dann in irgendeiner Art und Weise nicht wieder regenerieren muss. Mal gucken. Nice. Das ist ja Beuten. Wunderbar. Muss ich mal gucken, wie ich Abantrieb starten. Symbol für den Wurzantriebbefehl. Benutzen Sie das Rechtsklick oder das Radarmenü? Rote Entfüllung? System. System. Ich würde ganz gerne mich erst mal reparieren lassen, wenn ich ehrlich bin, obwohl es nur ein kleiner Schal ist, aber ohnehin. Wurzantrieb. Aktiv. Oh. Nice. Einsatzbasisstation. Ein sehr wichtiger Bestandteil von New Eden. Bieten wichtige Dienste, Piloten, Gegenständen. Okay. Station andocken. Station. Nicht andocken. Nimm mich mal das mal. Gegenstände vom Frachtraum zum Hangar verschieben, das kann ich auch machen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Station ist, um ehrlich zu sagen. Ist das denn eine Basis oder wo ist denn der Hangar und wo kann ich ihn andocken? Ich lasse das erstmal so, dann werde ich mal meinen Kumpel ins Boot holen und dann werde ich mal gucken, was der mir dazu sagen kann. Nun gut, bis dahin.